wie heute gibt es mal eine wie soll ich sagen kann wie keiner stehen einfach ein geiles video von einem jungen der hat mir gezeigt wie das geht aufzunehmen und jetzt muss kein leichter machen super geile grafik schaut auf jeden fall mal bei dem jungen vorbei blackhammer ist eine online idee und sein youtube kanal heißt eric zockt ruhig mal vorbeischauen der macht auch coole videos cool leicht und ja wir werden heute mal ein geiles wie ein video von rocket league zocken und zwar gibt ich finde es einfach so geil dass jetzt nicht mehr diese scheiß grafik ist nicht immer leicht ins machen muss aber geil auf jeden fall habe ich mir zwei autos gekauft dass das zweite zeige ich euch danach das ist so geil das erste ist aber ein fucking delorean ich muss kurz was machen okay ein delorean habt ihr besser vielleicht so ein delorean aber du wohnst wie der geht jetzt in unser tor rein ach das ist geld das stimmt ist dumm hat der kratzt los habt ihr es gesehen wenn man fliegt wenn ich mit dem auto fliege dann gehen meine reifen rein guckt ich zeig es mal aber ich habe nicht mal wieder rein der brot ich hab ich habe selber nicht mal eine hunde das der brot jetzt der brot Loll! Moment mal. Ah, sieht ihr? Das ist da unten! Geil! Oh, mit dem IT könnten wir was reißen. Okay. Komm zurück, bisschen zurück. Ja, so auch nicht, du scheiß Chipper! Und, 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 und! Mach was raus, bitch! Booyakacha! Booyakacha! Nein, ich wollte es sehen. Aber egal. Ich hoffe mal, es ist alles ganz gut. Äh, Sound. Grafik. Äh, Musiklautgenut. Ich weiß nicht. Wir hoffen es. Aber man muss ja erstmal ein... ...um zu wissen, wie es alles ist, und dann kann man es danach noch anders entscheiden. Ich glaube, wir haben dumme Gegner. Ein etwas sehr dumme Gegner. Diese Karre ist geil, irgendwie. Aber die zweite Karre, die ich mir fasziniert, noch geiler. Und vor allem mit... Ey, da kommt Schlamm raus, wie geil! Und, ähm, aber da wollte ich mir noch zwei Karren kaufen. Aber, äh, ich hatte kein Guthaben mehr. Aber, äh, ich hatte kein Guthaben mehr. Ja, ich weiß. Ah, kaputt, der Motor! Komm rein, rein, rein! Yay! Habt ihr's gesehen? Also, ich bin mir nicht sicher, Leute. Ähm, ich werd mir das wahrscheinlich... Ich werd's wahrscheinlich machen. Mir Minecraft kaufen für die Spiel. Und dann, äh, mit Eric Zock. Also, Blackhammer, Eric, keine Ahnung, Alter. Ich sag jetzt einfach Eric. Ich sag Eric! Okay, kaputt, ich darf sagen, was schwelte. Klar? Nein. Spreng, du Ohren sonst! Äh, öh, 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 öh! ich bin gerade so still, nicht gut, nein, nicht leise sein, nein. Und, oh, oh, ich weiß, ich liebe euch. Hey, das geht nicht. Komm, 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 die holen wir uns, die holen wir uns. Bitte. Hey. Oh, mein Gott, hättest du jetzt eingesetzt, das wäre so sauer auf mich gewesen. Nein. Wow, 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 wow. Ich wollte doch nur Spikes mal verloren. Ach, Mann. Ah, komm, es geht doch. Warum bin ich nieder? Komm, 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 sag ja. Nicht mein Tor, aber schuss. Hör mal rum. Tut mir leid, ich überströme mal aus, die du. Komm, komm, komm. Das Video lasst jetzt laufen. Zupi. Na, ist das heißer. Ich versuch's nochmal. Ah, ich hab's nicht gesehen. Uhuhuhu. Bitte, 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 bitte. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ah, man ist es. Ah, man ist es. Und... Und... Boah. Zack. Ha, ha, ha. Alles klar. Die Scheiße sind die, bitte? Alle kommen, kommen mit Augen zu. Ich rate. Geil, perfekt. Also Leute, man kann sagen, also ich kann jetzt einfach meine Augen auflassen, aber es macht das nicht. Wo ist denn der Spaß? Ah! Hier könnte man meinen, dass ich die Augen zu habe. Verdammt, das Scheiße. Komm, die Endpose. Warte, ich versuch mal auf die so ne, ne Art, wie mich die machen. Oh! Oh! Komm, 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 die aktivieren mal. Aktivieren wir mal. Okay, dann machen wir mal wieder. Hallo? Machen wir mal, lassen wir uns mal verrassen. Zufällig. Oh, hoffentlich habt ihr es nicht gesehen. Klingt das? Aber ist gut, ich dachte es hängt. Guck mal. Okay, gut, dann werde ich jetzt mal das andere aufnehmen. Und zwar dieses schicke Teil hier. Auch cool. Mir gefällt es total. Ich finde es mega geil. Wir nutzen, werden wir es nutzen. Aber ich möchte noch gerne vorher was gucken. Okay, cool. Aber auf jeden Fall nehmen wir es. Ich muss leider Freundschaftsspiel machen, weil ich kann nicht mal Battlefield spielen. Irgendwas ist mit dem Internet los. Ich weiß es selber nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Wie sieht es denn Team Ghetto aus? Wie sieht es in Team Fuck Up aus? Okay, Team Ghetto. Weil wir hatten eben schon wieder. Es sieht nicht so toll aus, aber ich bin gespannt, wie es aussieht. Wow. Wow. Der rangt vor meinem Bildschirm. Der wird so ein bisschen schön. Voll nice. Ich finde beim DeLorean geiler, dass er sich bewegt hat. Dass das Feuer da rauskommt. Das finde ich wieder cool. Hey. Ach so, das mein ich nicht. Nee, der geht in mein Tor. Nein, nein, nein. Das ist wieder so einer. Nein! Weg mit dem Scheiß! Das ist wieder so einer. Nein! 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 Ja, Kraschla! Ooooooooh! Saga! Oupsi! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Zack! Ach, was da immer rauskommt. Jojo, 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 Jojo! Mir gefällt DeLorean. Vom Design her gefällt mir diese Karre mehr, aber irgendwie gefällt mir DeLorean von dem Rest viel geiler. Dafür habe ich jetzt ein Tor. Busch? Blö. Nein, 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 nein! Wo ist mein Altermilm? Hä? Wo ist mein Altermilm? Hä? Hä? Ach, komisch. Bläh! Nun kriege ich... Busch! Gaga! Nein! Ich liebe Spice! Das ist so OP dieses Item eigentlich. rein! Mit der Kuh! Mit der Kuh! Mich ficken, Leute? Was versucht der da? Komm, 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 komm! Mach dir eh! Das bin ich damit! Raus aus dem Tor! Oh! Puh, das war ganz gut eingesetzt eigentlich. Hey! Oh! Oh! Ich hasse mal Knie! Das ist so scheiße. Nein! Oh! 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 Ich hab doch nicht irgendwie das happen! Yes! Ich hab meine Kopfhörer nerven gerade. Rein! Alter, was ist das?! Ich krieg nur solche Tore. Ah... Edu, 80 damage. Oh, wir haben uns auch mal? Shh. Pssch. Ich find's halt schade, dass mir die Autos, glaube ich, soweit ich weiß, nicht auftunen kann. Was? Das geht doch gar nicht! Rein damit! Was? Nein. Nein, perfekte! Stein vom Härtler! Komm, komm, Schätzchen! Was? Hier, dafür bashe ich euch, weil wir mushen. Warte, 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 warte! Hä? Ist der grad gerollt? Obwohl er gefreed war? Das passiert mir manchmal. In der letzten Zeit voll oft, meine. Für die Endhose. Geil. Mit dem geht's bestimmt. Hä? He? Theoretisch dürfte es gar nicht gehen. Okay. Ist egal. Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen positiven Wirt und einen Like und einen Abo. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Tschau! Auf Wiedersehen!